Mit der DDS-CAD-Version 15 haben wir das intelligente Spiegeln eingeführt. Mit dieser Funktion konnten Sie im Elektrobereich fast alle Objekte und Symbole so spiegeln, dass ihre normkonforme Darstellung erhalten blieb. In DDS-CAD 16 haben wir diese überaus nützliche Funktion noch einmal deutlich verbessert. So erstreckt sich das technische Spiegeln jetzt auch auf Gerätedosen. Zusätzlich zu den elektrischen Komponenten können Sie außerdem ab sofort auch Kabelverlegesysteme spiegeln. Dies umfasst Kabelbahn, Leerrohre und Kabelkanäle. Mit anderen Worten, von nun an bleibt beim Spiegeln nichts mehr liegen. Die verbesserte Spiegelfunktion in DDS-CAD 16 ermöglicht es Ihnen, Projekte mit vielen sich wiederholenden Arbeitsabläufen noch schneller als bisher abzuschließen. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Musik 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 Musik